Hallo, liebe Fans. Ich bin zurück zum Training heute mit der Mannschaft. Du bist wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Wie war deine erste Trainingseinheit? Ja, war gut. Das erste Mal mit der Mannschaft, danach meine Verletzung. Ich habe nicht alles Training gemacht, aber war gut. Ich fühle keine Schmerzen. Das ist wichtig für mich, danach die Verletzung. Bei wie viel Prozent bist du, kann man das sagen? Wie lange brauchst du noch? Brauchst du erstmal eine Trainingswoche, um reinzukommen? Ich bin 99 Prozent, aber dieser 1 Prozent ist wichtig. Das ist wichtig, aber ich muss jetzt improve, ich muss mehr laufen. Ich bin fit, du kannst laufen wie die Jungs auf dem Platz. Aber ich bin glücklich, weil ich zurück bin. Ich helfe noch einmal der Mannschaft, das ist wichtig. Genau, du hast gesagt helfen. Du willst wahrscheinlich diese Saison nochmal auf dem Platz. Ja. Ja, die nächsten fünf Spiele. Ich werde versuchen, die Mannschaft zu helfen. Ich helfe den Eintracht. Und ja, jeden Tag werde ich mehr machen als die 100 Tage. Und ja, noch trainiert mehr und bin viel schneller. Also bitte, bis zum nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich werde es bei dir sein.